äh da muss ich lang das ist doch scheiße hier danke sehr gut guter sprung nillin muss ich da drüben auch festhalten dann wenn du mich schon sagst dass du da lang bist ihr habt den spruch aber ein bisschen geändert da würde ich mal behaupten so kommen kletter gibt gas schneller die lehnen volles stück zack lass mich raten ich habe das gefühl die lampe ist kaputt ja komm es ist uns allen klar dass er das die erinnerung weg ist wurde auch nicht auf facebook oder so gespeichert hast du die codes nur fetzen und emotionen aber auch das fragment eines neuen rätsels vielleicht noch eine mnemonic sein gedächtnis ist mit denen der lipa verschmolzen was meinst du du musst das gedächtnis dieser beiden mutanten durchwühlen um das rätsel endgültig zu lösen es ist unsere einzige chance zugang zum konzeptionswürfel zu gewinnen dafür brauche ich strom wo kriege ich strom her nein da ist doch nichts wir können die tür so aufmachen schwarz von diktat monochilum kollektion ok ist voll gruselig hier die schatten sie sind entwischt oh der eine das war gar keinen der könnte so nehmen wir den mit und gegner oder das ist doch einer von den beiden der ist doch schon wieder wie bei dem boss fight hier so jetzt hier kommen sense und das bei dir was auf die mütze hüpf ja genau brech mir den kombo einfach ab da hau sie kaputt kaputt hauen verdammt nochmal komm bestimmt der neue lipa wieder es will mich wundern wenn es nicht so wäre komm schon punch 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 inch oh deb moi das so chefe Oh Mann, weich aus, greift an, ausweichen. Komm, wir sind verbrochen, ne? Jawoll. Ich bin fast tot. Ja genau, dankeschön, sehr schön. Das ist doch super. Ach ja. Das Ganze, wir machen vorne. Warum greift sie jetzt doch... Das ist doch... Wenn sie nicht mehr angreifen soll, dann macht sie das natürlich. Aber, oh. So. So, wow. Fickt euch Leute, echt ey. So. 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 fast tot und ich bin doch doch nicht ganz okay ich glaube ich auch kaputt kommen wir wieder zum wagen oder auch nicht gott kann man irgendwie wir kommen so ja passt schon schauen aber der letzte checkpoint ist sehr gut hier so das ist einfach so jetzt spüren wir auf einfach das macht es einfacher hoffe ich doch mal das ist einfach jetzt hau den typen platt so wo ist der andere mit helm da hinten so springen drüber weichen aus ich will erst mal weg danke so man man Das ist einfach, ne? Das ist witzlos irgendwie Oh Oh Ahhhh So Jetzt hau ihn weg So, komm Oh, quick time event Nein, nein Kick 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 Und einer steht noch So, zwei Möglichkeiten Auto hinten Das kann gar nicht einfach sein Oh, jetzt ruft er neue Lippe Nein Okay, wenigstens keine mit Mützen Oh, da ist ein Mützlieper dabei Ich glaube nicht So, komm Aui, Aui, was Aui, was Weg damit Okay So, jetzt hier Plonk So, wo ist der Typ Da So, und der nächste Dasselbe Spiechen Kick Eins Aber nochmal Kick So, Sensenreiserei Ist das schlimm Okay Ich setze die Mnemonik von Trace wieder zusammen Sehr schön, Schwester Jetzt geh durch die Hauptsicherheitsschleuse in den Konzeptionswürfel Nichts leichter als das So So, dann nehmen wir mal einen Strom raus Heil mich Los Ein neues Wir Äh, ich meine natürlich Äh, äh, ne? Ihr wisst schon Oberfisch In diesen Zähne Lass mich raten Hier kommen nochmal Kämpfe Muss nicht sein Ich will eigentlich gar nicht wissen, was die So Ich vertraue niemandem So Wir nehmen das mal wieder mit Sicher ist sicher Man weiß ja nicht Oh, da liegt was Fokusboost Bam Ähm, hallo Da lang Ich glaube, hier bin ich falsch Vielleicht So Dann probieren wir mal die andere Tür Es gibt ja hier genug Türen Ist da irgendwas? Nein Ach Ha Mensch, wie dumm von mir Da ist ja noch eine Leiter Plopp Ne, lieber nicht So, jetzt muss ich wieder da lang Gott Wieso tut es weh Diesen Irren so fertig zu sehen Muss ich ihm irgendwas antun? Leid meiner Software Ist ein Systemausfall Ziemlich wahrscheinlich Aber kann ein fehlerhaftes System Sich selbst exakt diagnostizieren? Ja, bestimmt So Nein Diese Passage ist bis auf weitere Kaninchen geschlossen Los, flieg weg, du Arsch Security Room Das klingt gut Was ist hier? Das Klo? Muss man immer schießen, was man aufs Klo will Das ist ja Anstrengend So Ah Ah Ich verstehe So Und also Die Kamera lässt sich teilweise echt nicht schön steuern So Einfach hier lang weiter Dann machen wir da mal auf Ich hab irgendwie das Gefühl Jetzt wird's scheiße Der Würfel Nie Wie war das? Wie hatte ich das Zeug synchronisiert? Ich hab doch Muss ich hier dran stehen mit? Was 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 Wo sitzt hier eigentlich an? Ah Mann So Jetzt Äh, verschmerzt mir hier die Gegend Schauen wir mal Vielleicht Ist hier irgendwas Was sie ins Ziel nimmt Aber Das war doch das Ding Ah Ich glaube Jetzt weiß ich Was ich falsch gemacht habe liegt hier noch irgendwas rum jetzt hab dich mal nichts was war ein paar treppen da ist irgend ein käfer egal scheiß auf käfer so la 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 so memorize die zukunft der menschheit sehr bescheiden